Hallo aus Izmit. Wir gehen jetzt gleich in die Stadt. Wir werden jetzt in die Stadt gefahren, damit wir einige Sachen machen können, wie z.B. die türkische Nummer umzusetzen. Aber ja. Wir haben eine Tür abgedeckt. Wir haben eine Palette abgedeckt. Das ist eine Farbe abgedeckt. Sie sind sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Ja, sehr schön, sehr schön. Ein Tier, der ist es so sehr kassierig. Also, ist es so kassierig. Wenn du dich in den Karten unterwegs bist, ist es sehr kassierig. Es ist sehr kassierig. Sie sind so kassierig. Corona ist so kassierig. Es ist so kassierig. Ich komme auf camera und sehen! Wir sehen uns im Film auf dem Film! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. évidemment. Wir sind jetzt hier in der Hizmetallkabde. Wir haben hier einen Yenek und jetzt wo wir gehen. Wir sind hier ein Gezimmer. Wir haben einen Gezimmer von hier. Wir müssen uns mit dem Uglay machen. Wir machen das nun hier. Wir machen das hier. Wir haben die Kommentare. Hier ist es eine Kommentare. Was ist es? Hier ist es ein, hier ist es. Das war's für heute. Das ist ein Schiff, ein Schiff, ein Schiff, ein Schiff. Was ist das Karte? Was ist dein Eisboden? Ja, das ist gut. Hat gut geschmückt. Ja, das ist gut. Geht's? Geht's? Geht's! Oh! Wir sind jetzt am Meer, Stecker Park nennt sich das, und jetzt stay tuned! Geflogen! Geflogen! Ein Und kuss! Ein Kuss! Ein Kuss! Ein Kuss! Ein Kuss! Ja! Ein Kuss! Ein Kuss! So, erzähl mal, wie es gibt, wo es schon noch gibt, denn? Simit, ja. Wo dann? So, erzähl mal, wie es gibt, wo es schon noch gibt, wo es schon noch gibt, wo es schon noch gibt. So schön. Ist mit Simit. Simit, ne, joh. Tschutjuk. Das funktioniert nicht. Ja. Simit? Ja. Ja. Und aus dem Grund. Ich denke, du bist ja mein Gott, jetzt haben wir wieder angefangen. Okay. Okay. Einbruch. Ja. Einbruch. Ja. Ja, sie sind. Ja. Ja. Ja, die müssen gehen. Ja, sie sind. Ja. so leute möchte gerne youtuber wir jetzt ein bisschen geschickt haben machen wir uns jetzt langsam auf dem rückweg genau deswegen gehen wir gerade über diese brücke ja und mit dieser wunderschönen aussicht genau das war meine wunderschöne aussicht und fahren gleich nach hause